Yo, servus und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du heute wieder damit dabei bist und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin baff. Ich kann es nicht glauben. Zunächst dachte ich, naja, wahrscheinlich nur ein Systemfehler, ein Bug. Aber nein, tatsächlich, heute mal wieder grüne Zahlen, da muss selbst ich schmunzeln und freue mich tatsächlich wie ein kleines Känguru-Baby, das im Sack hüpft auf einem Trampolin. Wirklich wunderbar, heute 1,79%. Ich glaube, viel kann ich dir nicht berichten, denn ich habe heute weder einige Trades vollzogen noch irgendwelche spannende Aktien auf meine Watchlist gesetzt. Nichtsdestotrotz zeige ich dir, was ich heute kurz gemacht habe und danach möchte ich dir vier Aktien vorstellen, beziehungsweise um genauer zu sein drei, da ich dir ein bisschen was dazu erzählen will, vielleicht sind die interessant für dich, lohnt sich auf jeden Fall bis zum Ende mit dabei zu bleiben. Ja, vielleicht mal zum Depot. Wie gesagt, es hat sich seit gestern gar nichts geändert, nur dass heute eben nicht alles rot, sondern fast alles grün ist. Nochmal zur Erinnerung, Nokia und Blackberry sind meine Sorgenkinder, beziehungsweise Blackberry. Nokia, denke ich, kriege ich ab vier Euro wieder los. Blackberry, wie gesagt, ist eben das Problem. Da habe ich eben schön den Griff in die Toilette gewagt und muss es jetzt eben ausbaden. Das stinkt natürlich. Und eine spannende, lustige Geschichte dazu. Und ich habe gesagt, ja, pass auf, ich bin jetzt hier mit 1,4 in der Miese, 40%. Wie du siehst, war es noch deutlich schlechter. Und ich habe gesagt, du pass auf, bei 50%, sprich der Buy-in, war bei 16,69. Also ungefähr, sagen wir mal, bei 8,35 Euro setze ich mir den Knockout. Ich habe also meinen quasi Stop, meine Stop-Order. Um genau zu sein, war es bei 8,45. Und dann ist es heute Morgen gefallen, gefallen, gefallen auf, na, steht es nicht dabei? Also müssen wir mal, müssen wir da hochgucken, ungefähr bei 8,50 war es gewesen. Ich glaube sogar 8,49. Ich hatte Glück, nicht ausgestoppt worden zu sein, denn dann ist es weiter gestiegen, bis zeitweise sogar über 10. Das heißt, 1 Euro Anstieg wären 210 Euro. Und ich habe dann auch meinen Knockout von 8,45, Bullshit, meine Stop-Order von 8,45 auf 9,35 angehoben. Und das sind einfach die kleine Freude. Du weißt, höchstwahrscheinlich gehst du mit dieser Aktie richtig baden. Und höchstwahrscheinlich wird es einer der schmerzhaftesten oder die schmerzhaftesten Erfahrung, die du je gemacht hast. Aber dann auf einmal hast du so kleine Zugeständnisse. So ein kleines bisschen anheben können. Stell dir vor, du bist gerade irgendwo als Geißel, du wirst als Geißel genommen und dir geht es total beschissen. Du hast Angst in deinem Leben. Aber auf einmal kriegst du vom Geißel immer ein kleines Zugeständnis. Ja, du darfst hinter die Theke bei McDonald's dir eine Cola holen und du trinkst. Ich will jetzt hier nicht von Stockholm-Syndrom reden, aber letztendlich ist es genau so, dass ich mich eben mit der Situation abgefunden habe, dass Blackberry wahrscheinlich nicht mehr kommen wird, dass ich da einen großen Mist gebaut habe. Und ich freue mich einfach über jeden Euro, den ich noch komme, als Schadensbegrenzung machen kann. Im Fußball wird man sagen, mir ist noch ein Ehrentreffer gelungen. Aber wie gesagt, man muss noch ein bisschen warten. Vielleicht geht auch noch was. Heute, wie gesagt, alles grün. Auch GME, also GameStop und AMC sind mit gestiegen. Vielleicht ist das ja wirklich nochmal der Aufruf zu einer neuen Welle, zu einem neuen Angriff. Aber wie gesagt, ich persönlich bin ein bisschen skeptisch. Meine einzige schlechte Aktie heute war Tarte Lifestyle, wobei die jetzt gerade wieder ein bisschen kommt. Und das ist natürlich, wenn die um 7 Cent steigt, dann ist das schon ziemlich viel. Ich habe hier bei 10 Cent einen Anstieg von 123 Euro bei einer Anzahl von 1230 Stück. Deswegen mache ich mir hier auch gar keine Sorgen. Das ist ein Unternehmen, habe ich schon oft gesagt, entweder der Heilsbringer schlechthin, sprich nikotinfreie Zigaretten oder es ist Scam, es ist einfach nur Betrug, es ist einfach nur eine leere Box, Pralinen, wo nichts drin ist. Man weiß es nicht, aber von außen hin schön verpackt, sieht lecker aus. Die Packung will mal aufmachen und sich kaufen. Was drin ist, sei dahingestellt. Ich sage ganz ehrlich, ich persönlich halte sie. Und wenn es das nächste Mal einen Anstieg gibt von, sagen wir einfach mal, von mir aus nur 50 Cent, dann gehe ich mit Plus 600 raus und alles ist schön und gut. Also wenn ich 0 auf 0 bin und dann eben nochmal die 50 Cent steige. Und ja, also Montag hättest du verscherbeln können für 2100 Euro. War blöd, dass ich so lange gewartet habe, aber hinterher ist mir immer schlau. Und ganz ehrlich, eine Aktie bei einem guten Preis nicht zu verkaufen, wenn sie sinkt, ist nicht so schlimm, wie eine Aktie zu verkaufen und dann zu sehen, dass ihr zum Beispiel aufs Doppelte weiter steigt. Warum? Wenn du einmal ausgestiegen bist, bist du ausgestiegen. Tart Lifestyle hat jetzt natürlich immer noch die Chance, sich zu verdreiten, vervierfachen und dann bin ich froh, nicht ausgestiegen zu sein. Ob es jetzt passiert oder nicht passiert, sei einmal dahingestellt. Aber für den Moment ist es verkraftbarer zu sagen, ey, ich habe jetzt 2000 Euro nicht genommen, aber dafür eben noch die Möglichkeit zu spielen. Gut, Nokia, das weißt du mit Sicherheit. Da bin ich jetzt bei 110 im Minus. Aber auch da bin ich brutal teuer drin. Das ist noch ein ganz klarer Hinweis für dich. Diese Aufteilung, sprich diese prozentuale Aufteilung im Portfolio mit 15,54% für eine Aktie oder wenn du mal hier hochguckst, Salesforce, da bin ich sogar mit 21,62% drin. Das ist viel zu viel. Das ist zu riskant. Und ich sage mal, für 98% der Anleger einfach nur Selbstmord. Ob ich mit heiler Haut rauskomme, weiß ich natürlich auch nicht. Aber wie gesagt, dieses Depot ist für mich ein Zockerdepot. Und ich habe, das wiederhole ich nochmal, nebenbei noch eine P2P-Plattform. Bei Bondora Geld. Ich habe noch bei der Comdirect in Aktien investiert oder Binder investiert. Ich habe noch eine Kryptowährung, sechs verschiedene Währungen und eben mal ein paar Monats Nettoeinnahmen auf der Bank liegen für schlechte Zeiten. Und das ist eben auch sehr wichtig. Und das sollte dir aber auch klar sein, wenn du mein Depot siehst. Ich spiele hier nicht mit meinem letzten Hemd und das sage ich immer und immer wieder. Und viele haben mich auch gefragt, ja, sag mal, was hast du eigentlich mit diesem Depot? Also du zockst und das ist vielleicht zum Zuschauen sehr interessant. Ja, das ist unterhaltsam. Aber was genau ist die Idee? Natürlich ist primär die Idee, Geld damit zu verdienen. Das ist ganz klar. Weil wenn ich damit kein Geld verdienen würde, dann könnte ich auch Briefmarken kaufen und die mir angucken. Und der Punkt ist der, ich glaube, mit so einem Zockerdepot kann man ganz viele tolle Eigenschaften in puncto Mindset erarbeiten. Also Mindset, damit meine ich einfach die geistige Haltung, die du brauchst, um erfolgreich zu traden oder investieren. Bedeutet einfach, zum Beispiel Geduld ist eine Tugend. Keine Angst zu haben, nicht zu gierig zu sein. Und andere Sachen, wie zum Beispiel einfach nicht zu emotional werden generell bei volatilen Zeiten. Ja, wenn mal die Börse vielleicht nicht so läuft, wie sie laufen soll und ein paar Tage bergab geht, sprich deine Kurse fallen, dann solltest du dir vielleicht nicht gleich in die Hose scheißen und aus dem nächsten Fenster springen, sondern einfach cool, easy peasy bleiben und dran glauben, dass es wieder kommt. Und genau das ist einfach so auch meine Idee. Wie du sehen kannst, hier und da war ich sicherlich auch zu gierig. Und wie du sehen kannst, war ich hier und da, na gut, ängstlich eher nicht, aber gierig eher schon. Und wie du sehen kannst, das ist menschlich und jeder macht so einen Fehler. Nur wichtig ist einfach, dass man aus den Fehler lernt. Und wichtig für dich ist dann eben auch, wenn du das machst, dass du auch reflektierst. Also nicht nur machen, das ist wie eine Partie in Schach. Du spielst, du gewinnst schön, du verlierst nicht so schön. Wichtig ist nur, du kannst immer gewinnen und zwar an Erfahrung, wenn du eben deine Spiele analysierst. Selbst deine gewonnene Partien, das garantiere ich dir, haben, beinhalten immer noch viele, viele Fehler, die für dich sehr wertvoll sein können, um dich zu verbessern. Und genauso ist es auch beim Investieren und deswegen gucke ich mir auch sehr gerne nochmal meine Investments später an, was ist gut gelaufen, was ist schlecht. Und wenn ich mal gewonnen habe, hinterfrage ich das mindestens genauso, wie wenn ich mal verloren habe. Weil Gewinne sind eben oftmals gefährlich. Man denkt, oh, man hat gewonnen, man hat alles richtig gemacht. Und das ist eben die größte, größte, größte Gefahr, die du auch beim Investieren machen kannst. Dass du irgendeine Scheiße machst, hast Glück und nimmst dieses Glück als Können hin. Das ist übrigens auch ein Grund, warum beim Pokern sehr viele Spieler verlieren. Die gehen mal irgendwann All-In mit einer Crap Hand, also mit einer Scheiß Hand, mit Scheiß Karten. Zum Beispiel beim Texas Holder. Was machen sie? Gehen zum Beispiel rein mit König und Sieben und gewinnen zum Beispiel gegen Ass und Junge. Und dann denken sie, boah, geil, ich habe gewonnen. Sie machen es wieder, machen es wieder, machen es wieder. Und irgendwann, und rein mathematisch, werden sie auf Dauer damit eben verlieren. Und das ist ganz klar das Prinzip. Und ja, schauen wir mal weiter. Hier ansonsten Eat Beyond Global und Sanova. Nicht investierter Betrag, also mein Geld, das ich zur freien Verfügung habe, das möchte ich jetzt auch ein bisschen ansteigen lassen. Das sollte vielleicht schon so 10 Prozent sein. 15 Prozent, dass ich dann eben günstige Momente erhaschen kann, ergreifen kann. Ansonsten kann man noch sagen, dass ich hier, wie gesagt, jetzt langsam raus will. Blackberry ist die erste. Nokia möchte ich raus. Aber auch sowas wie, ja, von den anderen. Einfach mal rausgehen und dann vielleicht wirklich ein paar, ich sage jetzt mal, Felsen in der Brandung einbauen. Und dann kann man ja wieder ganz schön weitermachen mit dem Zocken. Aber ein bisschen, ja, Stärke möchte ich schon haben. Also ein Fundament. Und ja, ansonsten, was ist passiert? Ich habe dir jetzt noch drei Aktien versprochen, die ich dir definitiv kurz, wirklich kurz und knapp vorstellen möchte. Und vielleicht erst mal Lithium Australia. Das möchte ich dir jetzt nicht vorstellen. Ich denke, das ist selbsterklärend Lithium Aktie. Und ja, die zeige ich dir, weil es eben gerade mir so ins Auge springt mit 36,49 Prozent. Und hier nochmal eben der Hinweis für dich. Das ist natürlich eine Zockeraktie, par excellence, weil du hast hier eine Marktkapitalisierung von 86,62 Millionen. Das ist brutal wenig. Du siehst auch, wie volatil die ist. Ja, da geht es hoch und da geht es runter. Da denkst du dir vielleicht, ja, cool, da kann ich ja immer einen aussteigen. Aber wenn du mal siehst, die steigt hier zwar um schöne Prozentzahlen, aber dennoch ist es hier von 7,4 auf 8,8. Das sind halt 1,4 Cent. Und ja, jetzt schau dir mal an. Gut, nochmal zum Tipp. Also immer, wenn du Aktien kaufst, guckst, dass es am besten zwischen 9.30 Uhr und 17.30 Uhr ist. Weil, wenn die Börsen offen haben, dann ist der Spread auch generell am günstigsten. Das ist einfach auch so festgelegt. Das ist sogar Pflicht. Aber außerhalb, ich sage jetzt mal, wenn du bei Trade Republic bist und bist jetzt nach 20 Uhr bis 23 Uhr und denkst, jetzt kaufst du, guckst dir an. Hier, Lithium Australia steht bei 10 Cent. Und wenn du kaufen willst, für 10,7. Sprich, du zahlst 7 Prozent mehr. Wenn du kaufst, dann steht hier auch, ja, der Kaufpreis dieses Wertpapiers liegt derzeit 6,54 Prozent über dem Verkaufspreis. Du wirst fairerweise darauf hingewiesen. Warum ist das so? Das ist eigentlich ganz einfach. Erstmals ist der Spread höher bei Aktien, die eben nicht so häufig getradet werden. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, außerhalb der bestimmten Börsenzeiten, wo ich jetzt eben genannt habe, ist es deshalb teurer, weil da sich die Broker, wie zum Beispiel Trade Republic, eben mehr Geld einheimsen können. Und die Idee ist ganz einfach. Du bist jetzt angenommen ein Arbeitnehmer, der arbeitet und zwar, sagen wir mal, von 8 Uhr bis 16 Uhr. Oder vielleicht kommst du dann einheimen um 18 Uhr, hast noch eine Frau, hast Kinder, hast keine Zeit und wenn dein Kind schläft, als Beispiel, dann bist du 20 Uhr vielleicht gerade da oder hast gerade geduscht und gegessen. Deine Frau ist jetzt vielleicht, oder dein Mann, wie auch immer, ist jetzt gerade Fernsehschauen und du willst deine Aktien kurz machen, nimmst dir 10 Minuten Zeit. Alles schön und gut und das machst du eben abends und das weiß der Broker natürlich auch und wie gesagt, der lockt ja auch da bis 23 Uhr, dass du bis 23 Uhr kaufen und verkaufen kannst. Und da macht natürlich der Broker seinen großen Umsatz. Ja, aber was wollte ich dir nochmal zeigen und zwar hier Green Lane Renewables. Ich glaube, die Aktie kennst du vielleicht auch schon von alten Videos. Ich habe die Aktie auch schon gehabt. Also hierbei handelt es sich eben um ein kanadisches Unternehmen und zwar stellen die Biogasaufbereitungssysteme her. Sprich Systeme, also ich sage jetzt mal Maschinen, die eben erneuerbare Erdgase aus organischen Abfallquellen herstellen können. Also sowas wie zum Beispiel von Deponien, von Kläranlagen oder aber auch von, ich sage jetzt mal, vergammelten Lebensmitteln, sprich Kompost. So, kleiner Tipp, diese Beschreibungen, was die Aktien machen, kurz und bündig, findest du auch unter Market Screener. Da gucke ich ganz gerne rein. Da hast du auch so Fundamental-Analysen, Charts und was ich eben auch ganz cool finde, die Beschreibung in kurzen und knappen Worten, was das eigentlich genau ist. Ansonsten am Markt mit 0,2 Milliarden Euro kapitalisiert. Sehr volatil, das erkennst du daran, dass es in den letzten Jahren von 9 Cent bis 1,88 Euro gestiegen ist, beziehungsweise gelegen ist. So muss man sagen. Also die 52 W-Spanne heißt einfach, dass in den letzten 52 Wochen, sprich im letzten Jahr, der niedrigste Stand bei 9,19 war und der teuerste bei 1,88 Euro. Und genau, auch hier würdest du sehen, für 1,58 könntest du die Aktie, wenn du sie hältst, verkaufen. Und für 1,63 kannst du anfragen, sprich Ask. Ask, auch hier 3,7 Prozent. Du müsstest mir überlegen, du holst dir jetzt Aktien, egal wie viel du ausgibst, 3,7 Prozent geht als Spread weg und wird eben von, ja ich sage jetzt mal, der Bank gewonnen. Die Bank gewinnt immer. Also mit Bank meine ich jetzt Broker. Gut, also Broker und ich weiß jetzt nicht, was die Handelsplattform L&S davon abkriegt. Aber wie gesagt, das fasse ich jetzt mal eben als Bank zusammen. Du bist der Spieler, das ist die Bank und die Bank gewinnt immer. Ansonsten noch Nano Repro, auch ein sehr interessantes Unternehmen. Gibt es noch gar nicht so lange, hatte ich jetzt auch schon öfter in den Kommentaren gelesen. Mit 3,22 im November hier erstmals erschienen. Auch ganz junges Unternehmen aus Deutschland, by the way. Und 36,76 Millionen am Markt kapitalisiert, gar nicht so viel. Ja, schauen wir an, was die machen. Du hast hier auch immer die Möglichkeit, es dir anzuschauen. Die Nano Repro AG entwickelt, produziert und vertreibt Schnelldiagnostika für den Heimgebrauch. Insbesondere für die Bereiche Allergievorbeugung, Geburtenplanung und Krebsvorsorge. Und ich glaube wirklich gerade jetzt in dieser Zeit ist das natürlich ein gutes Unternehmen. Vielleicht kannst du da auch Corona-Schnelltests machen. Das weiß ich jetzt nicht, das ist einfach nur so eine Idee. Aber gerade auch so Geburtenplanung. Ja, Corona. Ich glaube, Corona ist eben so eine Zeit, wo wahrscheinlich die prozentual ganz viele eher in die Brüchen gehen. Aber auf der anderen Seite auch ganz viele Frauen schwanger werden. Warum liegt auf der Hand. Du hast nicht viel zu tun. Ausgangssperren, wie zum Beispiel hier in Baden-Württemberg. Was machst du dann? Bummst du halt, ganz klar. Aber ist ja auch schön, dass die Corona-Krise auch die Liebe beflügeln kann, wenn es denn Liebe ist. Und ja, wie gesagt, Geburtenplanung, das ist eben auch sowas. Und Krebsvorsorge, ich denke, auch jetzt, wo die Menschen Zeit haben, über vieles nachzudenken, kommt vielleicht auch der Wunsch, sich mal checken zu lassen. Genau. Ich glaube, das ist eben jetzt ein großer Gewinner oder ein möglicher Gewinner der Zeit. Und wie gesagt, das ist nur Spekulation. Das hat nichts mit Wissen oder Insider-Kenntnissen zu tun. Das ist auch kein Finanzanlage-Tipp. Ja, und das Dritte, die ich dir heute zeigen will, ist AFC Energy. Habe ich auch sehr häufig gelesen in meinen Kommentaren. Ich sollte die mir mal anschauen. Eine Aktie, die sehr volatil ist. Siehst du nicht nur hier. Siehst du auch hier in der 52-Wochen-Spanne von 10 Cent bis 1,32. Sprich, ums 13-fache ist die ungefähr mal gestiegen gefallen. Das ist einfach gigantisch. Am Markt schon kapitalisiert für 0,6 Milliarden Euro. Analysten sind der Meinung, halten. Wobei Analysten, naja, was sagen die? Schau dir selbst mal an, was da gerade steht. Da steht, die aktuelle durchschnittliche Einschätzung, die höchste Einschätzung bei 0,85, die niedrigste bei 0,2. Und wenn du dir anguckst, drunter steht, von einem Analyst gedeckt. Und deswegen siehst du, dass hier die Angaben auch mit Vorsicht zu genießen sind. Du kennst es ja. Das ist wie bei einem Faltentintling. Das ist ein Pilz. Der schmeckt vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn du aber vor oder nach dem Konsum eines Faltentintlings Koffein oder Alkohol zu dir nimmst, kannst du ganz böse, böse Vergiftungserscheinungen bekommen. Und so ähnlich ist es auch mit einer Lüstenbewertung. Du kannst denen vertrauen, aber das kann eine ganz böse Überraschung geben. Ansonsten noch ein Tipp, wo ich persönlich jetzt bald reingehen würde, ist einfach CureVac. CureVac ist heute wieder angestiegen. Da gab es eben eine Bekanntgabe, dass CureVac mit GSK, sprich mit Glexus Smith-Kline, kooperieren will, und zwar für einen Impfstoff, der eben die Mutanten-Impfstoff, also sprich für die Mutanten-Coronaviren wirken soll. Und ja, ich glaube, auch bald kommen die Ergebnisse der dritten klinischen Studie. Und dann bin ich verdammt interessiert, wie es denn weitergeht mit CureVac. Ich glaube schon, dass es dreistellig wird. Ich persönlich bin mir sicher. Wie gesagt, das ist nur eine persönliche Meinung und kein Anlagetipp. Und da könnte man natürlich jetzt auch schön reinballern mit einem Derivat, sprich mit einem Open-End-Turbo-Knockout als Beispiel. Könnte man jetzt long gehen. Ich sage jetzt, okay, ich glaube, der Kurs steigt. Und dann würde ich einfach sagen, okay, ich gehe jetzt mal ein 6er Hebel als Beispiel. Open-End-Turbo oder 7,31. Das heißt, wenn du jetzt mitgehst und wenn jetzt CureVac morgen zum Beispiel um 10% steigen wird, würde ich hier, wenn alles gut läuft und ich zwischenzeitlich nicht ausgenockt werde, mit 70% rausgehen. Aber, wie gesagt, du siehst es auch hier, 11 Cent, zack, 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 bist du da unten und bist ausgenockt. Die Grenze wäre eben hier bei 95,71 Dollar. Ist übrigens ziemlich schlecht gemacht, wie ich finde, dass hier der Knockout in Dollarzahlen da ist. Aber hier oben hast du den Euro-Wert, also ein Derivat. Das leitet sich ja von etwas ab, in dem Fall jetzt hier vom eigentlichen Wert, sprich vom Kurswert. Und den hast du halt hier in Euro. Und das finde ich persönlich ziemlich schlecht gemacht, vor allem da du nicht weißt, welchen aktuellen Kurswert sie haben. Also zwischen Dollar und Euro. Und was ich dir noch zeigen will, was ziemlich interessant ist, GSK arbeitet, wie gesagt, kooperiert mit CureVac. Jetzt könnte man denken, ja, GSK wird bestimmt auch schön guten Reibach gemacht haben heute. Jetzt zeige ich dir mal, was die gemacht haben heute. Tja, Arschlecken, 4,55% Minus. Ich dachte, boah, was ist heute passiert? Vielleicht ist es da eigentlich dann zu, ja, eine Ex-Dividende gekommen. Also sprich, dass Dividenden ausgezahlt worden sind. Aber das war A im Januar. Und B ist ja auch die Gesamtdividende hier. 5,85% und die wird quartalsweise ausgeschüttet. Heute ging es um 4,55% runter. Also die Anleger waren da wohl nicht sehr erfreut über die Kooperation mit CureVac. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute für den morgigen Tag. Ich hoffe, dein Tag war gut. Lass doch eine Kommentare kurz da, wie es gelaufen ist. Ich freue mich. Und bis dahin zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und alles Gute. Ciao.